Willkommen zum Börsencocktail der Finanz und Wirtschaft. Heute Spezialgast mit mir im Studio ist die Chief Investment Officer der Basel Landschaftlichen Kantonalbank, Fabian Hockenius Erni. Schön, dass du da bist, Fabian. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, wir steigen gleich in die Diskussion ein über Wirtschaft und Finanzmärkte. Wir hatten ja einen wahrhaften Herbststurm an den Börsen. Der hatte sich schon seit Anfang des Monats etwas gelegt. Und gerade gestern hatten wir noch Zahlen, Inflationszahlen aus den USA, die dann noch mal eine richtige Kursrallye ausgelöst haben. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind denn so die Haupttreiber für die Börsen im Moment? Ja, ich glaube, schlussendlich kann man alles auf die Zinsen zurückführen. Wir haben gesehen, dass die Zinsrallye nach oben. Wir haben das erste Mal seit 2007 im zehnjährigen US-Treasury die Fünf-Prozent-Marke geknackt. Und das hat entsprechend die Börsen belastet. Wenn wir jetzt auf die Zinsentwicklung in den letzten Tagen achten, gerade jetzt auch gestern nochmals, nach den wirklich überraschend guten Inflationszahlen in den USA, haben wir gesehen, dass wir da fast 60 Basispunkte wieder runtergegangen sind. Und das freut die Märkte und hat sich natürlich dann auch in einem regelrechten Kurs-Exploiar wieder gespiegelt. Ja, genau. Der Zehnjährige ist jetzt wieder näher an der 4,4 sogar als an der 4,5. Also da hat es doch einen deutlichen Rückgang gegeben. Aber ich denke, auch am ganz kurzen Ende der Kurve hat sich viel getan beim Zweijährigen. Aber jetzt wird auch eingepreist an den Futures-Märkten, dass das FED eventuell schon im Mai die erste Zinssenkung vornimmt. Das ist, glaube ich, zu 86 Prozent zumindest gestern Abend noch eingepreist an den Futures-Märkten. Seht ihr das ähnlich? Gibt es so schnell eine Zinssenkung? Ja, ich glaube, die Daten gestern belegen vor allem, dass wir keine Zinserhöhung mehr sehen werden. Also wir haben das vorhin schon gedacht. Ich glaube, die Daten gestern bekräftigen diese Sicht. Eine Zinserhöhung ist fast ausgepreist, obwohl einige Notenbänker noch darauf hingewiesen haben und auch die letzten Notenbank-Sitzungen noch eigentlich offen gelassen hat, ob man noch Zinsen erhöht. Ich glaube, das ist durch. Und entsprechend, ja, jetzt ist die Fantasie für Zinssenkung natürlich da groß. Die Hoffnung ist groß. Wie du gesagt hast, die meisten erwarten jetzt schon im ersten Halbjahr Zinssenkung. Da sind wir eher noch ein bisschen vorsichtig. Wir erwarten eher erst im zweiten Halbjahr 2024 eine Zinssenkung, da wir glauben, dass die hartnäckige Inflation weiter ein Thema sein wird. Wir haben eine Kerninflation von vier Prozent. Das ist immer noch zu hoch. Und die Notenbänker werden da auch zurückdenken an die Ära von Volker. Ich glaube, dass im derzeitigen Umfeld eher ein bisschen zu lange an den hohen Zinsen festgehalten wird. Higher for longer. Und ich glaube deshalb, dass wir nicht so schnell wie der Markt dies jetzt erhofft, die Zinsenkung ziehen werden. Ja, es ist ja auch so, dass sich die US-Konjunktur einmal mehr, muss man sagen, sehr robust zeigt. Sehr starkes Wachstum des Bruttoinlandprodukts gehabt im dritten Quartal nochmals. Wie du sagst, die Inflationsraten sind eigentlich rückläufig, wenn auch noch überm Ziel des FED. Aber die Konjunktur verwundert einen doch immer wieder trotzdem Zinshammer eigentlich, der ja ein großer Dämpfer sein müsste, gerade für die zinssensitive US-Wirtschaft. Ja, absolut. Also der US-Konsument überrascht wirklich sehr, sehr stark im Positiven. Die US-Konsumenten konsumieren noch immer fast uneingeschränkt. Wir sehen da wirklich eine sehr, sehr starke, unterliegende Fundamentaldaten. Ist auch zurückzuführen auf einen sehr stabilen Arbeitsmarkt. Und auch wenn wir jetzt auf die Inflationshallen gestern schauen, eine Komponente für die Überraschung nach unten waren die Benzinpreise. Wir wissen, dass das natürlich für den Amerikaner sehr wichtig ist, genauso wie auch das Housing, also die Mieten. Und dort haben wir jetzt wirklich eine Abkühlung gesehen im positiven Sinne und das unterstützt natürlich den Konsumenten. Zudem können sie sich noch immer auf das Corona-Puffer stützen. Es ist immer noch so, dass der amerikanische Haushalt Corona-Cash-Bestände hat. Man konnte es nicht ausgeben und merkt jetzt auch, dass das den Konsum natürlich jetzt noch stützt. Ob das so weitergeht, da stellen wir eher ein Fragezeichen dahinter. Wir erwarten sicherlich eine Abkühlung. Soll nicht heißen eine Rezession. Wir schließen ein negatives Wachstumsquartal nicht aus. Aber ich glaube, es wird sicherlich nicht einfach so stark weitergehen. Das bekräftigen wir auch die Prognosen. Wir haben diverse Effekte, dass wir glauben, dass der US-Konsum auch eher abnehmen wird. Und entsprechend glauben wir, dass momentan eher ein bisschen zu positive Einschätzungen zur Konjunktur am Markt drin sind. Und entsprechend glauben wir auch, die Kombination von den Zinssenkungshoffnungen und von einem Soft Landing, glauben wir, das ist ein bisschen zu optimistisch. Gerade auch mit Blick zur Gewinnentwicklung und entsprechender Bewertung der Aktien. Ja, es besteht ja auch immer noch das Risiko im Hinblick auf die Inflationsdynamik, dass wir den Krieg im Nahen Osten haben. Und du hast es gerade erwähnt, eben die Energiepreise sind auch sehr wichtig für den US-Konsumenten. Das Risiko steht ja noch immer im Raum. Ja, absolut. Also ich glaube, im Nahen Osten wäre vor allem eine Eskalation respektive für eine Ausbreitung auf weitere Länder, sei es jetzt Iran oder das Einschalten der Hisbollah, ein Effekt, der wahrscheinlich dann direkt auf die Energiepreise durchschlagen würde. Und dann ist es natürlich sicher starker Gegenwind für die Konjunktur und auch für die Aktienmärkte. Ja, man muss ja auch sagen, man kennt das von den USA, die Schuldenthematik. Die ist sowieso da im Markt. Also der Markt ist etwas beunruhigt. Wie stark die Verschuldung angestiegen ist. Jetzt wird wieder diskutiert, ob eventuell ein Shutdown fällig ist. Zum Wochenende hin muss man sich als Anleger da beunruhigt zeigen. Also grundsätzlich ist das so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Das ist in den USA wirklich Jahr für Jahr dieselbe Diskussion. Wir haben gestern jetzt eine Entwicklung, dass das Repräsentantenhaus zugestimmt hat für eine Übergangslösung. Einmal mehr eine Übergangslösung. Es ist zu erwarten, dass der Senator auch zustimmt und entsprechend der Shutdown vermieden werden kann. Aber wir werden sehr schnell wieder über diese Thematik diskutieren, weil dieser Übergangsaushalt bis Mitte Januar erst dauern wird und entsprechend das wird wiederkommen. Und ich glaube, die Staatsverschuldung per se ist ein Thema, wo wir als Anleger stark darauf achten müssen, nicht nur in den USA. Ich denke, Staatsverschuldung ist bei diversen Staaten jetzt mit der Zinsbewegung ein Thema. Viele Staaten haben sich relativ lange sehr attraktiv verschuldet zu tiefen Zinsen. Aber das kommt natürlich dann auch mit dem Laufe der Zeit wieder auf uns zu. Dasselbe auch auf der Credit-Seite. Auch dort glauben wir, dass wir jetzt mit den Credit-Spreads nicht das Risiko eingepreist sehen, was eigentlich inhärent am Markt da ist. Also müssten die Spreads eigentlich weiter offen sein, eurer Meinung nach? Ja, also wir glauben, dass hier auch Ausfälle kommen werden. Also ich glaube, die Diskussion wie im italienischen Staat oder die Situation vom Ausfall von Zahlungen in Chinas Immobiliensektor sind so Vorboten. Und wenn ich jetzt die Zinsentwicklung anschaue und die Refinanzierung, die Maturity Wall, die ist erst ausstehend. Und wenn da die ersten Themen aufkommen, kann das durchaus sein, dass es wieder so ein Angstmomentum gibt. Wo sind die Ausfallsraten wirklich noch richtig in den Credit-Spreads eingepreist? Und wir glauben, dass das tendenziell noch nicht der Fall ist, dass das reflektiert ist. Ja, schauen wir auf die Unternehmenswelt. Die Berichtssaison ist jetzt eigentlich abgeschlossen, so gut wie abgeschlossen. Wie hat dir gefallen, was die Unternehmen da präsentiert haben in den USA und in der Schweiz? Grundsätzlich, wenn ich zurückblicke auf das dritte Quartal, dann hat es eigentlich ganz gut gefallen. Die Resultate sind eigentlich immer noch erstaunlich robust. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass wir erste Vorboten sehen. Die Unternehmen sprechen von Lagerbeständen, sie sprechen von Währungseffekten, sie sprechen von höheren Kosten, durchaus auch Refinanzierungskosten. Also erste Warnsignale sind da erkennbar. Und wir rechnen damit, dass diese Warnsignale wohl auch eher größer werden. Und die Frage, die sich stellt, ist ja im Aktienmarkt immer forward-looking. Und wenn ich da in die Zukunft blicke, glaube ich, dass mit einem abschwächenden Konjunkturmomentum, mit der Zinsentwicklung, die sicher noch länger hohe Zinsen mit sich bringen wird, eine Gewinnerhöhung von zehn Prozent im nächsten Jahr wohl eher noch sportlich ist. Ja, es gibt ja jetzt schon Stimmen im Markt, die sagen, ah, jetzt ist das Licht am Ende des Tunnels, ist da. Man kann vielleicht eventuell schon bei zyklischen Aktien einsteigen. Wie seht ihr das denn? Wie habt ihr eure Asset Allocation aufgebaut mit dieser Hinsicht? Ja, wir sind eher bei Zykliken noch vorsichtig und zurückhaltend oder sehr selektiv. Was wir im Moment sehr stark den Fokus darauf setzen, ist Qualität. Also Qualität nicht nur im Sinne von stabil, sondern auch Qualität im Sinne von Qualitätswachstum. Wir haben durchaus Wachstumstitel, die natürlich mit einer sehr starken Ertragskraft dastehen, die gut finanziert sind. Und ich glaube, da ist ein Punkt, den man wirklich auch differenzieren kann. Ansonsten, wir sind jetzt eher noch ein bisschen vorsichtig aufgestellt. Wir haben einen großen Fokus auch im Gesundheitssektor. Nicht nur Big Pharma, sondern auch dort Quality Growth. Gerade in der Schweiz haben wir hervorragend positionierte Unternehmen, wo wir glauben, dass da noch sehr viel Kursmusik dahinter steckt. Dann habt ihr Schweizer Aktien tendenziell eher übergewichtet im gesamten Aktienportfolio? Ja, wir sind sehr stark übergewichtet in der Schweiz. Gerade auch mit einer enttäuschenden Performance, muss man sagen. Year-to-date ist halt immer in der Schweiz, wenn Roche und Nestle einfach am hinteren Börsentablon im SME zu finden sind, dann ist der Gante-Light-Index natürlich eher enttäuschend gelaufen. Von dem her gesehen glauben wir, dass da auch wirklich eine attraktive Möglichkeit ist, dort Unternehmen aufzugabeln und vielleicht die Position wieder zu erhöhen. Und eben, ich glaube auch auf der Nischenseite haben wir sehr spannende Aktien-Opportunitäten in der Schweiz. Hm, da muss ich jetzt natürlich nachfragen, wenn du Nischenseite sagst. Was für Titel kommt dir denn da in den Sinn? Also heute kommt mir vor allem auch Ipsomed in den Sinn, weil die gerade Zahlen gebracht haben. Und wir haben tatsächlich sehr starken Fokus dort auf diese Zulieferer, Pharma-Zulieferer. Also Ipsomed, Siegfried, Techcan, Scarn sind so Titel, wo wir glauben, dass da noch viel Potenzial vorhanden ist. Es gibt auch Technologietitel, die sicherlich attraktiv sind. Inficon, Sensirion oder auch große Unternehmen wie ABB, die jetzt doch sehr stark abgestraft wurden in den Zahlen, wo man sagen kann, da ist für die Zukunft noch viel Möglichkeit eines Preisanstiegs drin. Okay, und wenn ihr jetzt eher defensiv ausgerichtet seid auf der Aktienseite, dann nehme ich an, das spiegelt sich bei den Unternehmensanleihen auch wieder, sodass ihr da eher Qualität sucht, als jetzt gerade die Hochzinsbonds abzugreifen. Absolut. Also ich glaube, bei den Bonds sind mehrere Themen, die uns da vorsichtig sein lassen. Einerseits die Währungsseite, wir hedgen die Obligationsseite ab, weil wir glauben, dass der Schweizer Franken weiter stark ist. Und ja, wir sind definitiv, also Investment Grade unterwegs. Wir meiden in dem Umfeld High Yield. Und wir sind tatsächlich auch dort stark in Schweizer Franken. Also die Schweizer Franken-Zinskurve ist unseres Erachtens für einen Schweizer Investor, wenn man auch die Hedging-Kosten rechnet, eigentlich sehr attraktiv. Und entsprechend nutzen wir dort die Opportunitäten, die sich im Moment auch ergeben. Ja, weil die ganze Welt redet immer drüber, wie viel Zins und auch US-Anleihen abwerfen, auch im High-Grade-Bereich. Und da muss man sagen, wenn man da die Währung abhätschen will, was immer eine gute Idee ist, würde ich sagen, im Bondmarkt, dann bleibt unterm Strich für einen Schweizer Anleger gar nicht mehr so viel übrig. Das ist so. Auf der kurzen Frist, auf der Schweizer Franken-Zinskurve kann man dann eigentlich gleich viel Rendite erzielen wie auf der abgehätschen Euro- oder US-Dollar-Kurve. Aber ich glaube, das ist genau das Problem. Auch Risikoprämien sind im Moment halt tatsächlich ein Thema. Wenn man in die USA blickt, dann sind kurzfristige, langfristige Bonds oder auch Aktien etwa gleich gepreist. Und da muss sich sicher in der Zukunft etwas bewegen. Genauso auch, wenn man auf die Zinskurve schaut. Eine inverse Zinskurve ist im Normalfall ein Zeichen zur Rezession. Das heißt, jetzt ist entweder die Wirtschaftsprognose falsch oder die Zinskurve. Ja, was bewegt sich denn dann, Fabienne? Das ist genau die Frage. Also ich glaube, langfristig werden sich sicher, also über zwölf Monate werden sich die US-Zinsen wohl weiter nach unten bewegen. Ich schließe einen sehr volatilen Trend im Moment nicht aus. Und das kann durchaus sein, jetzt gerade auch mit Blick auf das Haushaltsbudget, dass wir auch nochmal die oberen Ränder testen. Also ich schließe nicht aus, dass wir die 5% nochmals erreichen, kurzfristig, aufgrund der hohen Volatilität. Langfristig ist sicher so. Wir haben den Leitzins-Peak in der Schweiz, in den USA, in Europa gesehen. Aber die Langfristzinsen, also gerade die Schweiz, die sich noch sehr wenig bewegt hat. Ich meine, dort sind wir auch mit einer sehr inversen Zinskurve unterwegs. Zehnjährig bei 1% oder sogar darunter wieder. Da könnte durchaus noch ein bisschen Enttäuschungspotenzial da sein, wenn sich die Zinsen dann doch noch ein bisschen nach oben bewegen. Okay, prima. Jetzt haben wir die Aktien diskutiert, die Anleihen diskutiert. Was empfiehlt ihr denn eventuell noch als Beimischung ins Portfolio außerhalb von diesen Hauptanlageklassen? Also ich glaube, eine Thematik ist sicher auch das Bewirtschaften von Cash. Also im Moment definitiv kein Cash halten. Geht auch auf die Zinskurve zurück. Wir haben Money-Market-Fonds, die sehr attraktiv rentieren im Verhältnis zum Rest. Das heisst, Cash muss wirklich auch aktiv bewirtschaftet sein. Wir sind momentan auch per se als Beimischung mit Immobilien unterwegs. Dort sind wir im Moment neutral positioniert. Die Immobilienfonds haben sehr gelitten. Wenn man die Archers anschaut, dann dürfte das langfristig dann auch mal wieder Potenzial geben. Wobei wir jetzt in der kurzen Frist eher noch aufgrund der Zinssituation vorsichtig sind. Aber gehört meines Erachtens in ein Multi-Asset-Portfolio rein. Und zu guter Letzt sind die Alternativen. Wir sind immer auf der Suche nach Alternativen. In diesem Jahr haben wir sehr davon profitiert, dass wir Cat-Bonds in den Portfolios hatten. Die haben beinahe zweistellig oder teils mehr als zweistellig rentiert, als über zehn Prozent Rendite abgeworfen. Und das ist immer schön, wenn man diese Diversifikation auch in positiven Performance-Beiträgen dann sieht. Ich habe jetzt Gold noch nicht gehört. Gold ist für euch kein Thema? Wir haben Gold nicht in der Asset Allocation. Wir haben sehr viel recherchiert im Thema Diversifikation, Korrelation. Wir sind da eher zurückhaltend aus Überlegungen von Nachhaltigkeit. Aber haben dort uns eigentlich gegen eine nicht Rendite abwerfende Anlageklasse entschieden. Aber es gibt natürlich immer die Gründe, Gold im Portfolio zu halten. Wir haben es nicht in der Asset Allocation. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich oder vielleicht auch zwei, drei Unterfragen. Ich weiß, du bist dabei bei unserem Börsenspiel, Fabienne. Und man kann da zwischen fünf und zwanzig Titeln auswählen. Welches ist dein Erfolgsrezept? Wie viele Titel hast du in deinem Portfolio? Ja, ich folge natürlich den Empfehlungen, die auch wir unseren Kunden geben und bin sehr stark diversifiziert und habe die maximale Anzahl und gleichgewichtet 20 Titel im Portfolio. Und welcher Titel hat dir am meisten Performance geliefert, seit du eingestiegen bist? Ich habe natürlich auch da unsere Empfehlungen Rechnung getragen und sehr stark auf die Zulieferer- und Technologietitel gesetzt. Bisher ist tatsächlich im Industriesektor sind ABB und Georg Fischer sehr gute Beiträge. Im Tech-Sektor ist Sensirium mit dabei und dann natürlich die ganzen kleinen Zulieferer wie Ipsomet, die mir sehr positiv das Portfolio, die Portfolio-Performance nach oben getrieben haben. Okay, prima. Jetzt haben wir noch einen Monat etwa, in dem wir auch noch täglich, wenn wir das wollen, umschichten können. Was würdest du denn verändern? Ich bin im Moment absolut zufrieden mit meiner Aufstellung und würde da nicht zu viel traden. Okay, prima. Danke Fabienne. Danke auch an das Publikum. Geben Sie uns doch bitte auch Kommentare, wie Ihnen es gefallen hat. Sie können auch in die Kommentare schreiben, welche Titel Sie vielleicht gerade spannend finden. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke.